Wieder ein Feueralarm in Kalifornien. Diesmal bedrohte ein Inferno eine Promi-Enklave in Los Angeles. Es handelt sich um den Stadtteil Pacific Palisades, dort wo viele Prominente ihre Wohnungen haben, darunter Ben Affleck oder Kobe Bryant. Die Feuerwalze kam den Millionenwillen extrem nahe. 300 Feuerwehrleute stemmten sich gegen die Feuerwalzen. Es waren zahlreiche Löschhelikopter im Einsatz. Die große Katastrophe konnte im letzten Moment abgewendet werden. Die Flammenwalzen wurden zurückgedrängt, zurückgeschlagen durch den Kampf der Feuerwehrleute und der Löschflugzeuge. Es entstand keinerlei Sachschaden. Keines der Gebäude brannte ab. Gezittert um ihre neue Millionenvilla haben auch die Tochter von Arnold Schwarzenegger, Catherine Schwarzenegger und ihr Ehemann, Filmstar Chris Pratt, die wie gesagt errichten gerade ihr Traumhaus in Pacific Palisades. Auch hier kamen die Flammen bedrohlich nahe. Die Brandgefahr allerdings in Kalifornien bleibt aufrecht. Es gibt Feuerwarnungen für Gebiete mit 23 Millionen Einwohnern, darunter besonders rund um Los Angeles wie auch nahe von San Francisco. Dort wurden Feuerwarnungen ausgerufen wegen starken heißen Winden und extremer Trockenheit. Es kann auch sein, dass die Stromfirmen neuerlich die Stromversorgung lahmlegen für hunderttausende Haushalte. Das wird gemacht, um Feuerherde auszuschalten, um zu verhindern, dass durch schlechtes Equipment Brände ausbrechen. Das wird gemacht, um Feuerwarnungen zu verhindern, dass durch eine Werte von Kürnberg, um zu verhindern,